Hallo ihr Süßen, wir sind angekommen und zwar mein Schatz war heute so lieb mit mir zu fahren und zwar sind wir bei Front Nails und da gehen wir auch direkt einmal rein ins Paradies für Nageldesigner So, wie sehe ich denn da? Milla, hi! Schön, dass du bei uns bist Ja, ich freue mich auch Das Nagelparadies Hier müsst ihr einfach hin Ich zeig's euch mal ganz So? Ja Look and go Ich fahr richtig shoppen hier jetzt Die Rahmen Super schön Die Farbzusammenstellung Auch als Inspiration für euch Und ich werde mir auch eine ganze Menge Inspiration von hier mitnehmen Die ich euch dann in den nächsten Videos einmal zeigen werde Und gleich kommen wir in ein Regal Oh, da schlägt mein Herz höher Ja, ich weiß nicht, ob ich's schon zeigen darf Ich hoffe mal Guckt euch diese Farben an Ist das wohl der Hammer? Die wird es als Set zu kaufen geben Und da müsst ihr einfach zuschlagen Auch zu dem Preis, was ich gehört habe Eine super tolle Sache Hier sind die Aufbaugele nochmal Frenchgele, Aufbaugele, Camouflagegele Pfeilen Der weltbeste Tippkleber Darf nirgendwo fehlen in dem Studio Ach, ich liebe es Und seid mir nicht böse Ich werde jetzt erst nochmal richtig shoppen Und melde mich später bei euch nochmal Bis dahin Ciao, ciao So ihr Lieben Und schon bin ich wieder zu Hause War ein anstrengender, aber super schöner Tag Und ja, das war Power Shopping hoch 10, kann ich euch sagen Ich zeige euch mal so einen kleinen Überblick Bei meiner Ausbeute heute Und ich freue mich schon Und ich freue mich schon So was von darauf Euch diese tollen Sachen zeigen zu können Das war wirklich der Hammer Leute, fahrt zu Trendmails Und schaut euch die Sachen vor Ort an Das ist wirklich spitzenmäßig Ich hatte einen ganz, ganz tollen Tag Und ja, wie immer freundlich Und ach, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll Ich bin einfach total geflasht Ja, ich wollte euch jetzt nur einen kleinen Einblick geben Und ja, ich habe eine Menge vor, wie ihr sehen könnt Und freue mich schon riesig darauf Ja, euch die Sachen zeigen zu können Ich werde sie euch noch genau im Detail, wenn ich damit arbeite, zeigen Ganz klar Aber so einen kleinen Einblick Und ja, so ein bisschen Geschmack darauf machen Möchte ich euch jetzt schon im Vorfeld Es wird glitzern und blinken Ja, ich freue mich drauf Und ihr dürft euch auch freuen Ja, wenn euch mein kleiner Einblick gefallen hat Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt Oder einen netten Kommentar hinterlasst natürlich Und wer noch kein Abonnent ist Kann das natürlich auch gerne jetzt machen Und ich freue mich drauf Euch die Sachen im Design zeigen zu dürfen Bis dahin sage ich Ciao, ciao!